Mit dem Lichtschwert in Roblox alle weghauen, wenn das nicht der Traum eines jeden kleinen Buben ist. Genau das machen wir in dem Video, Leute. Bleibt gerne bis zum Ende dran und schaut euch an, ob ich gut oder böse bin. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Mhh, Säbel-Showdown. Oh, Star Wars. Oh mein Gott. Ich kann hier einfach alle auswählen. Das ist ja heftig. Ich dachte, das kostet was. Das ist ja mal richtig heftig. Oh, guck ihn dir an. Guck ihn dir an. Ja, Leute und Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und damit herzlich willkommen zu Star Wars Jedis in Roblox. Ich verlinke euch das Spiel unten in der Videobeschreibung, weil es ziemlich cool ist. Und weil ich hier alle Charaktere auswählen kann, nur das Lichtschwert kostet Geld. Leute, wir gehen direkt mal rein hier. Ich würde sagen, wir schnetzeln erstmal alle weg, ne? Wir schnetzeln erstmal alle weg. Guck, ich habe ein rotes Lichtschwert. Oh, oh, oh. Oh mein Gott. Bam, einfach weggesnackt. Habe ich ihn weggesnackt? Ja, ich habe ihn... Ne, ich habe ihn nicht weggesnackt. Man kann hier auch extrem hoch springen. Ich weiß gar nicht. Das ist, glaube ich, einfach nur Deathmatch. Wow, 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 wow. Mich, oder was? Leute, lasst einen Daumen und ein Abo da, auf jeden Fall. Das unterstützt mich und das macht mich glücklich. Und er hat mich in der Mitte auseinandergeserbelt. Was? Oh Mann, okay. Jetzt spiele ich mal als der allerechte Rotox. Oh, warte mal. Hier ist Obi-Wan, Kenobi. Oh, hey. Was soll das denn? Er hat Obi-Wan einfach beschützt, der allerechte. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, hier. Da muss man ganz schön viel blocken. Oh, oh, guckt euch mal das an. Oh, heftig, 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 heftig. Komm her, komm her, komm her. Komm her, komm her, komm her. Geh kaputt, Kumpel, geh kaputt. Wie geht das denn? Er, er sieht cool aus. Oh, warte mal, als er spielen wir jetzt. Kann ich auch einfach die Waffe hinten nehmen? Das wäre, glaube ich, irgendwie besser. Ich muss mich an irgendjemanden hinsnacken. Irgendwie. So von hinten ran, ne? So. Ey, das gibt's nicht. Hä? Ne, das gibt's nicht. Der ist viel zu gut. Ich geh weg hier. Das kann doch nicht sein, dass ich nicht einen Killfarmer warte. Da hinten mische ich mich jetzt ein. Jetzt kommt der, jetzt kommt der allerechte. Oh, das gibt's nicht, ne? Oh, das gibt's nicht. Er schon wieder. Kommt schon, ey. Wieso, wieso bin ich hier immer so schlecht? Was ist denn hier? Spring. Oh ja, ich hab ihm, ich hab ihm was abgeschnitten. Wie werfen die denn? Oh. Oh mein Gott. Ah, so kann ich das machen. Okay. Oh, ich hab ihn nach hinten gehauen. Guck ihn dir an. Oh, oh nein. Er, ey. Ey, 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 ey. Ey, ey, beruhigen sie sich. Beruhigen sie sich. Beruhigen sie sich. Beruhigen sie sich. Okay, nach hinten gehauen. Beruhig dich, beruhig dich. Alles gut. Alles gut. Nein! Bruder, man kann hier zwei Lichtschwerter kaufen einfach. Okay. Möchtest du beidhändig kaufen? Oh yes. Oh yes. Ich will beidhändig kaufen, Mann. Ah ja. Oh. Jesus. 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 Kommt her. Kommt her. Kommt her. Kommt her. Der aller, aller echte Loop. Oh mein Gott. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Ich hab zwei davon. Ich hab zwei. Ich sterbe trotzdem, Mann. Das liegt aber jetzt daran. Ich hab 600 Drawbacks ausgegeben für diese zwei Dinger. Das liegt aber daran, dass ich nicht den richtigen Skin habe. Jetzt. Raus da. Raus mit deinem Lichtschwert. Raus, Kollege. Raus. Okay. Da fallen einfach Lichtschwerter vom Himmel. Das ist sehr interessant. Kommt her. Kommt her. Kommt her. Ey. Was hat er denn da? Ich wollte gerade sagen. Was bist du für einer? Bacon? Du hast mich doch die ganze Zeit gekillt. Ey. Ich hasse dich, Bacon. Ich mag dich nicht. Du hast mich mehrmals gekillt schon. Finde ich nicht gut, ey. Finde ich wirklich nicht gut. Nein. Mag ich nicht. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Jetzt komm. Komm schon. Das gibt's doch nicht. Oh nein. Nein. Wie geht das bitte? Wie kann man eigentlich so schlecht sein wie ich, ey? Wie kann man nur so schlecht sein wie ich? Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Ich snack euch. Ich snack euch. Was soll denn das? Hä? Den kannst du nicht töten. Den kannst du nicht töten. Warum kannst du den nicht töten? Jetzt hätte ich ihn fast gehabt hier. Hä? Hä? Jetzt hab ich ihn. Ei, 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 ei. Das gibt's ja gar nicht. Ich misch mich ein. Ich misch mich ein. Komm her. Komm her. Komm her. Ich misch mich ein. Komm, Tom. Komm, komm, komm. Komm ran. Komm ran. Komm ran. Komm ran. Allerechter. Komm ran. Na los. Komm. Komm. Do it. Oh, es ist so cool mit zwei Lichtschwerten. Auch wenn ich es nicht kann. Es ist so cool einfach. Komm her. Yes. Come at me, bro. Oh, und du bist? Wer bist du? Wer bist du, Robloxianer? Komm her, Robloxianer. So weg. Zack, zack. Bam, bam, bam. Ui, 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 ui. Yes. Einfach. Einfach den Kopf abgeschnitten. Was darf Vader mit dem blauen Lichtschwert? Das ist nicht dein Ernst. Das darfst du nicht machen. Das kannst du nicht machen. Das verbiete ich mir. Ich verbiete mir das. Was ist eigentlich er für einer hier? Er ist irgendwie ein ganz komischer Zeitgenosse. So. Erstmal hat er hier den, äh, hat den genauso gekillt wie ich vor allem. Irgendwie scheint meine Ability nichts mehr zu bringen. Das ist irgendwie, irgendwie ziemlich strange. Komm her. Komm her, komm her, komm her. Komm her zu mir. Leute, schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr das nicht auch cool findet. Ich finde es ziemlich cool, muss ich sagen. Was ich nur nicht cool finde, ist, dass meine Ability nicht funktioniert. Das finde ich ein bisschen seltsam. Irgendwie ehrlich gesagt. Und irgendwie kann ich gerade nicht mehr drücken. Oh, meine Ausdauer war, war es. Okay, wir nehmen mal den allerechten Darth Vader mit zwei Lichtschwertern hier. Wir nehmen ihn einfach und wir gehen hier direkt rein. Rein, 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 rein. Warum hat das nicht geklappt? Tja, Risotto 10 mit dem Bodyhit. Aber Risotto ist lecker, muss ich sagen. Oh, der nächste Eumel ist tot. Komm her, komm her, komm her, Eumel. Komm her, Eumel. Komm her, Eumel. Na komm, 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 Robloxian. Na komm her. Komm her. Ja, so schaut das aus. Und Bodyhit. Bam. Komm her, Bacon. Komm her, komm her, komm her. Ja, nice, nice. Oh, mein Gott, langsam habe ich es raus, Leute. Was macht der da oben? Seven in sorrow. So, komm her. Willst du in der Luft kämpfen mit mir? Okay, wir kämpfen in der Luft. Come at me, Bro. Hä, wieso kann der... Was ist das hier wirklich? Oh, mein Gott, ich habe ihn. Da hinten kann man hochlaufen. Ist das ein Bug? Ist das ein Fehler? Oh, guck mal ihn an. Guck mal. Ey. Ey. Das war meiner. Was erlauben sie sich? Was erlauben sie sich? Yes. Bounty Reward. So schaut sie mich aus, Leute. Einfach besser. Einfach besser, wisst ihr? Einfach besser. Ich schneide euch alle in Stücke hier. Ey, ich bin... Oh, oh, oh. Den habe ich gesnackt, Bruder. Oh, oh. Einmal weggekloppt. Und? Komm, komm. Du musst dran glauben. Du musst dran glauben. Es tut mir leid, aber ich werde dich in zwei Hälften schneiden. Oh, Beacon. Aka Yoda. Komm her, Yoda. Komm her, komm her. Kampf der Giganten. Komm her. Wir probieren es. Wir probieren es. Wir probieren es. Yes. Einfach auseinandergeschnitten, Bruder. Einfach auseinandergeschnitten. Einfach mit zwei Lichtschwertern ist man einfach am allerbesten, ey. Wow, das ist voll cool, wenn das so zusammen geht. Ich kann da hoch. Ey, das ist doch... Also, was? El Goblino? Geh mal rein. So, und jetzt erst mal hier rächen. Ich räche mich erst mal hier an ihm. So, dankeschön. Weil er mich einfach gekillt hat, während ich da hochkletter. Und das macht man nicht, Leute. Das ist ziemlich unhöflich. Oh, Darth Vader. Aber halt nur mit einem Lichtschwert. Das ist das Problem. Ich habe halt mehr. Oh, ich kann hier hochlaufen. So, lass mich mal hier hoch. Ich will mal gucken gehen, Leute. Ich will erst mal gechillt hier gucken gehen. Oh, nein. Wieso hüpfe ich runter? Okay, ich will nicht gechillt gucken gehen. Oh, warte mal. Den hole ich mir. Oh, guck mal. Ich bin getarnt. Guck mal, ich bin getarnt. Guck mal, guck mal, guck mal. Ah! Was willst du, hä? Was willst du? Komm her. Ja, du hast keine Chance gegen mich, Olex. Oh, oh. Er kommt wieder her. Er will es versuchen. Er hat mich jetzt auf den Kicker. Oh, oh. Er hat was geworfen. Oh. Ha, er kickt einfach voll auf die Gosche hier. Von meinem... Warum haben die alle so krasse Abilities? Was soll das? Was sollen diese Abilities? Warum? Why? Wie kann ich das... Wie geht das? Wie geht das? Wie ist das möglich? Ich will auch. Ich will auch. Warte mal. Wie kann ich... Ah, mit C. Komm her. Nee, abge... Abgewehrt und zerstückelt. Oh. Oh, 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 oh. Sevelyn Sorrow heißt er. Oh, das funktioniert irgendwie nicht so gut, immer mit dem Lichtschwert. Komm her. Darth Vader, ich bin dein Feind. Wir sind... Wir arbeiten nicht zusammen hier. Definitiv arbeiten wir nicht zusammen. Ich finde das so cool, wenn man springt. Wo ist er hin? Wieso ist er so weit oben, ey? Was ist das bitte? Komm, 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 komm. Oh, 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 oh. Einfach den Kopf abgesäbelt, Bruder. Oh, ziehen, Griff, Blitz. Ah, nice. Okay, ich verstehe. Man kann hier wechseln auf X. Kann man durchwechseln. Was nichts bringt, weil er mich einfach zerstüttelt hat. Wir feiten jetzt als der allerechte Rotox. So schaut es nämlich aus. So, und nicht anders. So. Oh, ey, habe ich einmal gekillt. Warte mal, was macht er eigentlich? Der checkt es irgendwie gar nicht, ne? Oh, 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 Lichtschwert geworfen. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Gib mir das wieder. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Ich nutze die Macht, oh, ey. Ich nutze die Macht. Sag einmal, ich glaube es ja nicht. Komm her jetzt. Also, ich glaube wirklich, ich spinne hier. Wie kannst du nicht dem allerechten Rotox entgegentreten? Oh, jetzt kommt er hier an. Was willst du dich jetzt hier einmischen? Hm, was willst du dich einmischen, Bruder? Komm her, ich zerstückele dich, oh, ey. Okay, ich habe dich nicht vergessen. Komm her, unser Kampf steht immer noch. Blut auf Blut. Ja, so sieht das aus. Und den nächsten. Jawohl, ich schnetzle euch so dermaßen weg, dass ihr gar nicht mehr wisst, wie man Schnitzel schreibt. Oh, oh, ey, da bist du wieder. Oh, ja, mit deinem Schutzschild willst du mich also killen, oder? Hä, willst du es versuchen? Ach, jetzt auf einmal zwei gegen einen, oder wie? Okay, ist ja auch nur fair. Ich habe auch zwei Lichtschwerter. Komm her, komm her. Ich bin so im Flow. Der Flow hört gar nicht mehr auf. Oh, schwerer Fehler, oder? Schwerer Fehler, das Lichtschwert zu werfen. Oh, hier ist er wieder, der Allerechte. Magst du Blitze? Bisschen sch... Okay, Respekt an Sumel. Er hat mich einfach fertig gemacht. Oh, oh, oh. Jetzt ja hier, jawohl. Einmal gerecht. Und du, nee, vergiss es, vergiss es, vergiss es, vergiss es. Vergesst es, episch. Einfach nur episch. Das ist der epischste Fight, seit es epische Fights gibt, Leute. Wirklich extrem. Guckt mal, wie ich mich einmisch hier. Ich drehe mich um die eigene Achse fünfmal. Kill alle hier in der Umgebung. Schaut euch das mal an. Keiner hat eine Chance gegen mich. Meine Stamina hört gar nicht mehr auf, ey. Sie hört nicht mehr auf. Was schreibt er? Was will er? Nichts. Ja, boah, genau. Krieg. Okay, ich sollte ein bisschen aufhören und mich beruhigen, glaube ich. Also, ich muss sagen, Leute, das macht extrem Fun hier, die auseinanderzuschnetzeln hier. Vor allem hier mit den zwei Lichtschwertern gegen zwei zu kämpfen gleichzeitig. Oh, oder gegen drei. Ich revidiere meine Aussage und sich um seine eigene Achse fünfzigmal zu drehen und andere irgendwie, weiß ich nicht, hier voll auseinanderzunehmen, ist auf jeden Fall richtig, richtig nice. So. Komm her, komm her, komm her. Komm her. Einfach alle weggesnackt, ey. Das ist so lustig einfach. Oh, Mann, das war nicht gut. Oh, aber dass du das Lichtschwert geworfen hast, war auch nicht gut, ey. Wieso kann ich ihn, wieso kann ich, wieso kann ich, kann ich ihn nicht mit einem Lichtschwert killen? Was soll das denn? Komm her, komm her. Bam. Oh, ich habe es endlich mal geschafft. Ich habe einen mal zerteilt mit meinem zweiten Lichtschwert. Das ist schon ziemlich, 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 ziemlich unfair, wollte ich sagen. Ich kann mit dem zweiten Lichtschwert nicht mehr zuhauen, wenn ich mit dem, wenn ich das eine geworfen habe. Was ist los, Eddie? Warum bist du AFK? Eddie, warum bist du AFK? Was ist los mit dir, Eddie? Ähm, Sinn ziehen. Warte mal, was ist ziehen? Ziehen ist... Egal, egal. Wir ziehen nicht, wir kämpfen. Wir ziehen nicht, wir kämpfen. Komm her, komm her, komm her. Oh, das war knapp. Jetzt hätte ich dich fast in der Luft zersäbelt. Einfach zerschnitten. Warte mal, was ist, wenn ich dich ziehe? Ich will das ausprobieren. Okay, ausprobieren, ziehen, nicht so gut. Es gibt keinen Frieden im Jedi-Reich. Es gibt keinen Frieden im Jedi-Reich. Ich werde euch alle wegschnetzeln, Leute. Leute, wenn euch das Video gefällt, lasst gerne einen Daumen und ein Abo da. Das würde mich riesig, riesig freuen. Es ist ziemlich, ziemlich cool. Wenn ihr noch eine Folge sehen wollt, dann lasst es mich auch in den Kommentaren wissen, Leute. Ihr könnt mir auch gerne sagen, ob wir mal das Doppelschwert kaufen sollen. Das ist auf jeden Fall auch nice. Würde ich machen, Leute. Würde ich wirklich machen für euch. Das würde ich glatt machen. Ich bin tot. Ich bin tot. Was gibt es denn noch? Geschwindigkeit. Ah, okay. Aber mit Geschwindigkeit kann ich nicht mit den Lichtschwerten kämpfen. Gut, okay. Das wäre ja auch irgendwie unfair. Oh, guckt ihn an. Den allerechten. Schieben. Nee, nee. Wir machen Blitz. Wir machen Blitz. Blitz ist cool. Blitz ist richtig lässig. Und es zieht auch... Ja, es zieht nicht viel ab, aber es ist trotzdem cool. Hey, er ist nicht schlecht hier. Jetzt ist er tot. Weil er sich eingemischt hat. Was fällt dir eigentlich ein, Kumpel? Oh, neue Map. Neues Glück. Ah, nice. Fair. Äh, was ist mit dir? Hast du kein Lichtschwert, oder was? Ei, 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 ei. Einfach den Stormtrooper auseinandergesäbelt hier. Dich kenne ich doch. Was macht er? Ach, komm. Ich laufe ihm nicht nach. Ich gehe ins Getümmel rein. Dieses Umhergelübbele da hinten. Das will ich nicht. So, komm her, Ryan. Oh, ja, Ryan. Das war gut. Das war gut. Aber du hast dich gut geschlagen, Ryan. Oh, guck mal. Jawohl, jawohl. Du hast dich auch gut geschlagen. Alles gut. Kann nicht jeder so gut sein wie ich, ne? Was hast du hinten denn auf dem Rücken? Aber das hilft dir nichts. Das hilft dir nichts. Wenig Leben, ich sehe. Ich möge das. Wie weit ist die Reichweite von ziehen? Ah, ja. So ist die Reichweite von ziehen. Alright. Alright. Ja, not bad. Not bad. Ja, 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 ja. Und? Äh, hol, hol das Schwert doch zurück. Hol doch das Schwert zurück. What is wrong with you, bro? Werf ich sie halt einfach hin. Geht auch nicht. Okay, nice. Oh, oh, wo ist mein Schwert? Hier. Komm her. Komm her. Komm her. Oh, Mann. Er weicht die ganze Zeit aus, ey. Oh, oh, oh. Oh, nein. Er kommt wieder. Guckt her. Ja, bist du Son Goku oder was? Frisur des Jahrhunderts. Nichts gibt's. Nichts gibt's. Ich drehe mich 50 Mal um die eigene Achse. Nichts gibt's. Oh, Mann, Leute. Das wird jetzt ein richtig guter Killstreak. Ich seh das kommen, ne? Ich seh das kommen. Oh, meine Ausdauer geht irgendwie auch nicht zu neig. Oh, doch, jetzt gleich. Oh, oh. Nicht gut. Wie regeneriert sich meine Ausdauer? Indem ich stehen bleibe. Oh, das ist fies. Das ist fies. Ich darf nicht einmal irgendwo hinlaufen, weil... Komm her, Ryan. Ja, ja, ist okay. So, warte, komm her. Ich kann wieder in den Fight rein. Ryan, sieht aus, als könnte er was. Na, dann zeig mir mal, was du kannst, Ryan. Oh, ich seh schon. Ich seh schon. Oh, hier, Rotschopf. Komm her, Rotschopf. Du willst mir ausweichen? Mir? Dem Allerechten? Wie er einfach wegläuft. Hä? Wie er wegläuft? Wieso machst du das? Angelina! Was war denn das? So, Leute. Das wird der letzte Fight für dieses Video hier. Der letzte Fight. Wenn ich tot bin, endet das Video, Leute. Wenn ich tot bin, endet das Video. Oh, Ryan. Was war das? Oh, Ryan. Was war das, bitte? Hä? Was war das, Ryan? Ey, ich hab ihn doch getroffen. Oh, Ryan. Was war das, bitte? Also, das war wirklich keine Bestleistung, Ryan. Ich bin sehr enttäuscht von dir. Okay, ich hab's gecallt. Der letzte Fight für dieses Video. Bis ich sterbe, Leute. Aber ich werde mich trotzdem weiterhin extrem bemühen. Ich kämpfe auch gerne gegen zwei. Was? Justing hat mich herausgefordert, ja. Und wo bist du? Wo bist du? Ich nehme die Herausforderung gerne an. Ach, er hier. Da, na, dann komm her. Komm her. Na, komm her. Das war ein Fehler. Das war ein Fail. Richtiges Fail. Fail, Bruder. Tut mir leid, Mann. Wie kann ich Leute herausfordern? Oh, macht das Bock, ey. Oh, Gott. Warte mal. Oh, er ist einfach tot. Okay. Komm her. Komm her. Ich bleibe einfach stehen jetzt und kämpfe. Mach mal so. Ich bewege mich nicht. Ich bleibe einfach nur stehen. Bleib stehen und geb an. Oh, no. What are you doing? What are you doing? Oh, ist er derjenige, der mich besiegt? Nein, er ist nicht derjenige, der mich besiegt. Er ist auch nicht derjenige, der mich besiegen wird. Das weiß ich. Oh, er hat mich besiegt. Props. Aber das war auch schlecht von mir. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen und ein Abo da. Wenn ich das nochmal spielen soll, Leute, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Hat mir mega Spaß gemacht. Wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Danke fürs Zuschauen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Tschüss.